Come on, get up! Fotoshooting, ich hoffe es kommen viele Leute und ja, ich freue mich schon wie es wird, viel Stimmung, ich hoffe, das Wetter schaut gut aus, also auf die hohe Warte, let's go! Come on Vienna! Am Weg ins Stadion, auf die hohe Warte, mache ich noch einen Abstech in den Sittageierpark, hier in der Döberlinger Hauptstraße, schöner japanischer Park, wenn ihr mal hier seid, schaut mal vorbei, denn dieser Park ist auch historischer Boden für uns Vienna-Fans. Ja, ein wirklich schöner und beeindruckender Platz, dieser japanische Park hier auf der hohen Warte, aber für uns Vienna-Fans ein ganz wichtiger Ort, denn hier hinter uns, da befand sich eine Wiese und da stand das erste Stadion des First Vienna Football Club, später dann ein Filmstudio, ein Schwimmbad und heute ein Pensionistenhaus. Wenn ihr mal auf der hohen Warte seid, dann kommt hier vorbei und schaut euch diesen Park an. So, aber jetzt auf die hohe Warte zum Spielen. Come on Vienna! Die Ge Thats, die sind sicher. Die Geist says, die sind sicherlich, ich bin sicherlich, aber ich bin sicherlich, ich bin sicher, muss ich sagen. So, das ist verraste, meine Augen, ist trotzdem nicht, aber ich bin sicher, ich bin sicher, dass ich genau hier bin. Aber nicht, meine Augen, ist schon immer lustig, aber ich bin sicher, ich bin mir sicher, dass ich nicht sicher, dass ich mögliche. Musik 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 Geben! 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 Ge